Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Jahr geht mit großen Schritten zum Ende hin und ja, ich dachte, ich nehme trotzdem weiterhin mal auf, so wie Weihnachten. Ja, bevor wir weitergehen, wir sind ja hier unten, wir müssen ja jetzt wieder hoch. Wir könnten natürlich den hier machen und danach den da oben. Dann haben wir das. Das wird den da jetzt auch nicht. Also wirklich, wirklich, wirklich. Uh, das ist ein Dörfli. Wie frühkoll ist der? Wartet da nicht der Typ? Ich habe keine Ahnung. Oder wir gehen da jetzt erstmal zu dem hier wieder hoch. Das ist doch eine gute Idee. Ähm, hier irgendwas zum Aufleveln aktuell. Die sind ja auch volle Pulle jetzt, ne? Verbesserung abgeschlossen, Verbesserung abgeschlossen. Sehr gut. Die Bewaffnung. Jetzt haben wir auch eine Bau in der Waffenkammer. Ah, das kann man also auch noch machen. Hm, ja mal gucken. Hier können wir was verbessern. Dann machen wir das doch. Und jetzt haben wir wieder zu wenig von dem, was wir brauchen, wahrscheinlich. Äh, es steht hier nicht, wie viel wir brauchen für die nächste Verbesserung. Und auch da. Okay. Hier haben wir eine neue Armschiene. Aber blau ist besser als rot. Ich finde, dass wir die Armschiene da. Und ja, Fertigkeiten haben wir ja auch sechs Punkte. Das können wir jetzt auch einfach kurz noch machen. Da würde ich nämlich gucken, dass wir das Rote hier vollständig kriegen. Also abgesehen von dem da oben, das können wir ja immer noch nachtragen. Aber zumindest hier die unteren Dinger. Die Folgung. Die hier. Dass wir die haben. Drei Punkte haben wir noch. Den. Den. Von dem Punkt. Das heißt, es fehlen uns noch drei Punkte. Dann hätten wir hier alles komplett. Abgesehen natürlich von den Extra-Dingern hier oben. Da geht sicherlich auch noch einiges. Aber Fernkampf wäre vielleicht auch mal ideal. Dass wir hier auch noch mal ein bisschen machen. Und ja, schleichen haben wir auch noch nicht alles. Aber da sind wir auch ziemlich gut bei. Da haben wir jetzt noch die hier. Ja, mal gucken, mal gucken, meine Lieben. So. Aber wir markieren erstmal. Das nächste haben wir markiert, ne? Ja, haben wir markiert. Dann machen wir einen schicken Ausritt dahin. Aua. Wo ist denn Lady? Ich bin Lady Bug. Ich bin da mein Glück. Hi, Schatz. Also, sie heißt Lady. Und das andere Hoppsi heißt Beauty. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wir sind grundsätzlich immer Schuben bei mir hier. Einfach querfeldein, würde ich sagen. Geht das querfeldein? Ja. Passiert nichts. So. Let's do it. Mal sehen, wie weit Lady da jetzt kommt. Wie die am Ausdauer. Wie die am Ausdauer. Ein Gemäld. Ein Bild wieder. Hier im altwürdigen Königreich Kent führten Jüten mich dahin, wo sein Feuer durch die Spuren der Nephilim lodert. Hier spricht der Herr zu mir. Hier warnt er mich vor Verrat. Vor Kämpfen. Vor den Prüfungen der Ersten. Der Ältesten. Nicht immer verstehe ich die Kunde. Wenn er mich warnt, muss er mich für würdig erachten. Er sagt, ein Engel sei noch immer gefangen. Sie, die befreit werden soll. Oder begleitet. Muss ich sie finden? Das ist ein Bär. Welcher sagt? Kein Bock, dass der Bär mir irgendwie was... Das sieht schon mal nicht falsch aus. Das ist die Mitte von dem Gemälde. Deine ist zu groß. Also eigentlich müsste... In der Winkel wieder anders sein, glaube ich, ne? Muss ich hier weiter hoch vielleicht. Nee. Also vom Ding her... Gänzlich falsch nicht. Du warst doch falsche Winkel. Uh! Oh! Nein. Nein, 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 nein. Jetzt. Jetzt. Welch merkwürdige Kräfte durchfließen diesen Ort. Das erfreut mich. Seit dem Bären erschießt sich trotzdem. Ich bin so ein Gemeiner. So, Lady, wo wollen wir denn als dieses hin? Hast du schon Pläne? Zur Überbrückung bis Mitternacht könnt ihr ja gerne in das Video schauen. Scherz. Ich weiß, unlustig. So ist manchmal die Niko. Kann ja nicht jeder witz sitzen, würde ich sagen. Ja, nee, dann würde ich sagen, ab hier ins Dörfli. Und dann wird auch einmal synchronisiert und dann gehen wir so Richtung... Ne? Und dann schauen wir mal, was dann passiert. So. Ja. Da müssen wir lang. 500 Meter. Ja, 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 ja. Wir kommen denen immer näher, wir kommen denen immer näher. Uh, ist das neblich. Was sind jetzt kaputt? Vielleicht hätte ich mich hier lieber vermullen. Also in letzter Zeit packt das Ganze nicht. Oh, hier ist ein Schlüssel und dann... Na ja, ja, da geht's. Ich kann's und nicht und nicht und nicht und nicht umgehen, und ich Pode auch mal zum欄. Guck mal. Ich denke auf der Weg zu dir nicht nehmen. Es geht mal für mich einfach an, wie du es machen und wirst du meinen 하in lassen. Ja, ng centimetol. Wir machen mit den Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn-Gn. Oh, da ist ein Schlüssel und da ist der Schatz natürlich unten. Irgendwo war gerade ein Schlüssel. Ja, das kann sein, dass es für andere sind. Guck mal auch in die Kirche rein. Das war das Sinti, es war das Sinti, okay. Nein, ich bin mal. Ha! Das ist das Sinti, es ist nicht so, dass ich in der Kirche bin. Das ist so mählich. Das ist echt uncool. Ich dachte, hier drinnen ist ein Schatz. Aua, ich mach doch gar nichts. Das ist ja wirklich nur Dörfli Dörfli. Was habt ihr denn für Probleme hier? Bleib stehen und stehen! Habe ich gesehen? Der eine Soldat, der hatte einen Rotundentopf. Warum auch immer? Ja, die sind stärker als die anderen. Ja, das ist ein Schatz. Ah. Okay. Muss ich vielleicht da hoch? Ich kletter einfach mal da hoch, mal gucken, ob wir da reinkommen. Ist das so was wie ein Kolosseum wahrscheinlich, oder was? Ist das eine Café-Arena? Theater. Okay. Ich muss mehr trinken, um Klarheit über deine Worte zu bekommen, Schwein. Klarheit. Seltsames Wort. Ist das überhaupt ein Wort? Hm. Mit wem redet dieser Mann? Mathilda. Das Schwein sieht die Zukunft. Bei Lokis verdrehtem Garn. Ist das ein Streich? Nein, du trinkst und das Schwein redet. Kennt es den Aufruhr? Wieso? Wir haben keinen Anführer. Keiner. Ein Bein? Wer wird das verlieren? Sie oder ich? Hallo, Schwein. Krr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-K kocht in deinem blutraben schwinge geschwister ringen bis wölfe den himmel verschlingen hallo schwein dieses schwein woher bekommt man so ein wundersames wesen vom markt und das ist alles was du dazu sagst das schwein ist gesprächig für zwei im wasser wird eisen schwimmen so leicht wie ein holzboot eisen was ist das für ein wahnsinn du teufel männer des kirchenvaters schlangen zungen entzünden fackeln in der winternacht um die linie des ersten auszulöschen was auch immer in diesem trank war es ist mächtig und verstörend komische dinge sagst du mir da sehen matilda dieses schwein woher bekommt man so ein wundersames wesen und das ist alles was du dazu sagst das schwein ist gesprächig für zwei komische dinge sagst du mir da sehen matilda sehr komische dinge nicht da runter ok fast da geht es da runter was sagst du da dann gehen wir mal hier weiter da ist ein schatz da ist ein schlüssel verschlossen ok dann gehen wir mal hier rein da da ja 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 Das ist nur ein kleiner Schatz. Okay. Ist hier noch was? Das ist ein Opal. Okay. Okay. Das ist ein Blumen, ok? Wohooo Versuch Okay Aber das auch jetzt Das ist Sand Hä? Das ist ein Schatz Also ist ja Ist das draußen oder ist das hier drinnen? Schatz, der ist draußen Lassen wir mal vor Ich muss mehr trinken Äh, dann mach das mal Shinichi Ich bin aber da hin Ich bin aber da hin Aber ich glaube Das fliegt dann eher in meine Richtung wieder Ne? Stark davon Ja Ja Es sei doch in dem alten Schloss Da ist doch ein großer Schatz Aber in dem Häuschen dann wahrscheinlich so, dass ich da nicht reingekommen bin Aber Aber Nö, es ist kein aber Sehr gut Hm Gucken wir mal wegen dem Tattoo Aber wir sind ja schon hier oben So Das Tattoo Was ist das hier? Was soll das jetzt? Nein Okay Nein Nein Kannst du mal durchkommen? Nein Oh, Alter, das ist nicht dein Ernst, warte Ich seh' sie nicht mehr Ich seh' sie nicht mehr Ich seh' sie nicht mehr Ich seh' das Tattoo nicht mehr Keine Ahnung, ist das hier? Hm Ich geh' zur Kirche Ich versuch' es real nochmal Hm Ich muss da einfach dran vorbei, nicht drüber hüffen Haua Geil, wenn ich auf dem Daumstamm lande, tut's nicht weh Wenn ich aber daneben lande, tut's weh Die zwei Zentimeter, die machen echt den coolen Fett, ehrlich So Den hab ich grad nicht gesehen gehabt So So So, das ist nur was eingesammeltes Äh Okay Dann kann ich auch das so machen, ja Dann kommt raus Und dann wieder hier rum Zum Zum Tattoo So, schauen wir mal kurz Die letzten Tattoos waren zu einfach, ne? Deswegen geht das jetzt gerade nicht mehr низ Das ist ja Ziem Das? Aber doch richtig Los Wo ist das jetzt da? ich muss mehr trinken um klarheit über deine worte zu bekommen schwein macht das so was aber denn noch hier so noch mini schatz und saufgelage noch einiges hier im dörfli zu fangen also ich würde tatsächlich sonst sagen den nehmen wir gleich mit und dann machen wir hier unsere runde und dann gucken wir mal ist das überhaupt sollte auch richtig treffen das war das richtige markiert häuslich da kommt sowieso nicht rein das heißt man sowieso von der anderen seite gut dass das nicht geht die muss von der anderen seite verspägt sein frage ist ja nur da komme ich ja nirgendwo rein geht es ja auch nicht dann bleibt ja eigentlich nur von unten theoretisch vielleicht von der anderen seite von draußen ich gehe ganz gemütlich dran vorbei ich mach nichts ich bin nur einmal an euch vorbeigegangen und trotzdem machte sich so ein terror hier ich gehe ganz gemütlich dran Ich bezweifle, dass ich von hier so da hinkomme, deswegen ist der... Früher hat's Feuer gerutscht. Okay. Die anderen Seite versperrt. Die Frage ist ja nur... Nur kurz gucken, haben wir hier irgendwie... Nein. Obwohl doch von hier so, ne? Oder? Da haben wir... Da können wir drauf... uns stellen. Und dann können wir die Tür öffnen. Ja. Das würde ich nicht hinstellen. Ist mir ernsthaft. Ne, komm weiter weg. Ich weiß gar nicht, das ist ein Dinkelspiel hier, ne? Mein Gott. Einmal Pfeile. Und hier ein Minischatz. Und nochmal Pfeile. Fächer ist voll. Sehr gut. Dann haben wir den nächsten Punkt. Das Saufgelagern. Aua. Auf zum Saufgelagern. Der will mir wieder Aua machen. Deswegen weich mir den einfach mal aus. Und den mal über das Haus hüppeln. Was machst du da? Du darfst gerne hochziehen. Hi. Trinken wir den Laden leer, oder was? Machen wir das! Nimmst du schneller aus als ich? Hast du gewonnen. Okay. Zeig mir dein Silber. Machen wir es spannend. Machen wir es spannend. Machen wir einen hohen Einsatz. Du denkst du bist dreckfest? Wer weiß es? Wow,miилось schnell! Woa, die Schnee! Ja! also was wichtige macht die frau ich nicht mehr ich bin fertig mit trinken dann ziehen wir weiter dahin zu kathedra wie es gar kein öl ist dann sehe ich gerade was nicht so sehen wie ein ausgang Oh, der Ego hält aber lange vor. Muss mal nach oben. Oh, der Ego hält. Oh, der Ego hält. Oh, der Ego hält. Einstädte. Eine neue Schatzkarte, die ich niemals nutzen werde. Interessant. Ist dran, oder? Ist hier nicht der... Ne, ist es nicht. Okay, ich dachte hier ist das Ding. Das Aussichtsding. Okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Eingang finden. In der Lernstätte. Was haben wir denn hier? Hallo? Jetzt bedauernde Antwort. Werte... Kenjuven. Es reicht. Ich werde Regenleif, Leif und Potlesius nicht taufen. Zum einen haben sie keine Seele und kommen mit auch nicht in den Himmel oder in die Hülle. Zum anderen mit mir Bruder Harwald... Oh, hör auf zu pfeifen, ehrlich. Zum anderen hat mir Bruder Harwald glaubhaft mitgeteilt, dass sie es hassen, nass zu werden. Der Biss ist übrigens noch immer entzündet. Drittens sind es Katzen. Und abschließend sind es immer noch Katzen. Ich weiß, dass die letzten beiden Punkte sich wiederholen. Aber doch sind sie der Hauptgrund meiner Ablehnung und daher wiederholenswert. Wie kann man seine Katzen taufen lassen wollen? Oh mein Gott, ey. Ich meine, ich liebe Katzen, aber ich würde die niemals taufen lassen. Es sind immer noch Haustiere. Wir müssen irgendwo gehen. Da hoch müssen wir. Gibt es hier irgendwo einen oben? Irgendwo ein oben? Ich meine Elter vom Achsel. Ich meine Elter vom Achsel. Gibt es an oben? aber vielleicht an einer säule einer säule er wollte echt nicht wir müssen sogar noch höher aber hier ist der schatz der goldene drache der berge die kunde von rings reichtum und kriegskunst verärgert andere königreiche vor allem die alten herren von elmar die nach verbündeten suchten um ihn zu stürzen boli war inzwischen nach englerland gekommen und hatte sich mit diesem verbitterten reich zusammengetan er entführte soll weg die inzwischen mutter von sechs söhnen und vier töchtern war respekt zehn kinder respekt dauer schwanger war und wollte sie foltern nach soll wegs entführung vor rick mit zwölf schiffen den fluss hinauf doch am wohnstil dem einzigen weg zur feste in den bergen wurden sie zurückgeschlagen ihre goldenen schiffe konnten sie konnten es nicht mit der befestigung der ms t sam boli und der schroffen umgebung aufnehmen als er sich wütend zurückzog bemerkte rick seine rauchschwalde die von der fahrreste aus über dem berg aufsteht er hielt inne und befahl seinen männern die schiffe über den berg zu tragen viele der seinen kamen ums leben als ein sturm aufkamen doch rick gab nicht auf und als sich der morgennebel belegte sahen die kunden kundschafter der ämste golde drachenköpfe von furcht über mannt riefen sie drachen drachen kommen aus den hügeln und versetzten krieger und bewohnern in panik rick zog seinen vorteil aus dem tumult und zerstörte das königreich vollkommen dabei rettete er soll weg schlug boli den kopf ab und ließ ihn acht tage und nächte ununterbrochen während ihrer gelage singen nach diesem tag war rick bekannt als der fliegende goldrache da ist noch ein schätzchen ein bisschen schatz muss sein dann freut sich die nicolein wunderprächtig so was haben wir denn noch hier so wir haben hier noch einen großen nutz einen großen schutz das wird dann unser nächstes ziel einmal bitte runter haben wir hier noch 17 silbermann seht ihr das 17 so haben wir hier irgendwie noch was schnickes abgesehen von spinnenweben er ist echt weg von denen sind echt über sometimes they can't fliegen aber kann fliegen seht ihr das sie kann fliegen die kann fliegen wie ein affe das finde ich super davon muss ich einmal ein foto machen das geht jetzt gar nicht aber unglaublich da sind so viele wachs drin ist es kann ich jetzt raus ja hier kann ich raus 29 meter 60 meter da drinnen kathedrale gehst du da bitte rein sag mal ist das dein sag mal ich gucke jetzt erstmal hier was sie hier noch zu haben so dann wäre das okay du gehst nicht auf du gehst doch auf das passiert nicht oft jetzt kommen wir hier runter interessant jetzt kommen wir noch weiter runter ausrufst du Was haben wir hier drin noch? Ja, da. Aber der Aussichtspunkt ist hier. So, dann gehen wir mal ganz nah rum wieder. Dann müssen wir einmal gleich wieder aus dem Fenster raus und weiter hoch klettern. So, dann ist er hier. Sehr schön. Oh, jetzt klettern wir weiter hoch. Moment. Haben wir das mir gerade wieder nicht angezählt. Ist da oben, ne? Nee. Jetzt bin ich zwar hier oben, aber ich bin nicht richtig hier oben. Ist das nicht der höchste Punkt, ja? Äh, nee. Das ist der höchste Punkt. Okay. Aua. Aua. Dann hupen wir mal da hoch, wa? Komm schon. Komm schon. Und, ja, ja, komm. Die 24 Meter kriegst du auch noch hin. Jawohl, das ist nicht dein... Das ist nicht dein Ernst gerade hier, oder? Was los? Das ist nicht dein Problem. Das ist gut. Ja, du stillst denn. Ich hab dir das. Das ist nicht dein Ernst. Die 24 Herren. Die 24 Jahre. Die 24 Jahre. Die 24 Jahre. Die 24 Jahre. Das ist schon sehr nice. Sehr schön. Das freut mich. Aber mein Lieben, tatsächlich war es das schon für heute. Die Zeit geht immer sehr schnell hoch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. Wir hören und stören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann. Rutscht nicht zu weit.